Jetzt gehen wir in die Druckdynamik mit Kontralateral und wir gehen auf Kontra und Ipsi. Der Kontralateral wird so gemacht, ok? Und jetzt kommt das Ipsi. Ganz langsam, ich arbeite ganz langsam, weil ich muss genau merken, was ich mache mit meinem Körper und meiner Bewegung. Jetzt kommt das Ipsi. Das kostet eine enorme Stabilität, still zu bleiben, ohne dass ich Kontakt mit diesen Bands mache. Jetzt kommt es wieder, Kontralateral. Guck mal, was der andere Arm macht, was nicht in der Dynamik ist. Der ist immer 90 Grad flex. Du kannst meinen ganzen Körper anschauen, jede Muskel arbeitet. Jetzt kommt der Ipsi. Einer, Andres, das machen wir 10 Mal. Ich glaube, 20 Mal machen das hier. Muss nicht sein. Die Muskulatur wird immer stärker. Die Muskeln, sonst schaffst du das nicht mit der Ausdauer, weil das ist so stark. Die Beine trainieren unheimlich viel mit. Das Gesicht. Pause. 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 el